So, noch mal? So werden sie geboren, die sucht dies. Gib mal einen Tipp jetzt hier. Mach das mal, Schlumpf. Du bist der Guter, siehst du? Ich muss das machen. Ich werde Schlumpf. Du kannst deine Personalnummer, wie erwähnt, dich von der Brust. Können wir da noch was von da drüben oder das hier auch suchen? Ne, nur von hier drüben. Nur von hier. Ist das nicht mit deinem Schlumpf? Ja, dann möchte ich. Können wir hier drüben spielen? Wo ist denn der Schlumpf überhaupt? Wo ist denn dein Schlumpf? Ach, guck mal. Du hast sogar vier Pelle für zwei Euro. Was brauchen wir für einen Schlumpf? Zwölf Punkte. Einfach reinrollern, bitte. Ja, ja, einfach reinrollern. Wie die anderen das machen. Einfach noch reinrollern. Einfach noch was. Aber mit vier Pellen muss das erreicht werden. Sechste. Mit vier Pellen, zwölf Punkte. Dann kannst du ja theoretisch auch den Joschi nehmen. Ja, das war schon mal mit dem Schlumpf. Ja, das war schon mal mit dem Schlumpf. Ja, das war schon mal mit dem Schlumpf. Oh. Oh, das Schwein. Oh. Oh. Nee, das reicht nicht. Also gerecht nicht. Das geht schon mal. Komisch. Komm mal. Schlecht. Ja, ok. Warte mal. Du hast schon Bier getrunken. Das ist schwer noch. Ja. Ja. Marco, du musst mal das Brett probieren. Das sieht besser aus. Ich hab das nicht am Brett, Marco. Lass es gehen. Noch einmal. Noch einmal. Eure Taktik jetzt. Jetzt haben die hier schon 10 Euro gelassen. Das gibt's gar nicht. Wir haben 4 Euro hier gelassen, Manuel. Das Ding kriegst du für 3 Euro an der Tankstelle. Nee, ich hab 5. Ich hab versuche keinen Schlumpf, hab ich 12 Euro bezahlt. Ja, du bist doch mit dem Einkaufspreis noch klein. Also noch ein paar Freispiele. Wir haben dir noch Geld geholt. So, los geht's. Jetzt halte mal deine Klappe. Oh, naja. Maximale Punktzahl. Du musst reichst den Sprung betreten. Sprung? Dann sollst du halt ja nach rechts oder nach links. Aber nicht die vier Spunten. Naja, das sind eh zwei Punkte. Naja, die drei kriegst du. Ja! Das ist doch Marke für 1 Euro. Was sagst du? Noch zwei für 1 Euro. Ganz braun. Das geht doch um die Bunker-Botheke langt, oder? Was? Du bist doch! Du bist doch! Warte! 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 Das geht doch um die Böse! Guck mal! Das ist doch hier! Was? Das ist doch wie! Was? Das ist doch mal! Das ist doch mal! Das ist doch mal! Du hörst dann direkt mit Null! Das ist doch mal! Du musst die... Was was du machen musst, du musst alle vier mit Ema einfach... Mehr! Du hast gerade gesagt, nochmal für 1 Euro! Mach's doch mal! Das guck doch nicht! Das guckt doch nicht! Das guck doch nicht! Dich! Ja, da war auch ein Kleiner noch mal! Ja, da war auch kein Rokal! Das wollte es vor den Meilen legen! Wenn du mich schwimmst, dann wird es nichts! Also! Ich bin doch schon mit 10 Cent! Ich bin doch schon mit 10 Cent! Es gibt es zu! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wie ist das? Ich bin der Tier, dass ich sein gerade... Das ist doch drin! Oh nein! Das guck mal kurz! Das gibt es doch gar nicht! 3 Punkte! Nee, das war das Ganze! Nee, 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 nee! Nee, 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 nee! Nee, das reicht schon nicht mehr für das nächste Bier! Du auch noch mal! 1 Euro! Ich investiere das sinnvoll! So, da passt's so! Nee, nee, danke! Danke! Kein Problem, viel Spaß noch! So, Alter! Kannst du den Laden zu machen? Dass das jetzt ein Kuscheltier gebunden ist, oder? Ich hätte ja gern meiner Perle was mitgebracht, aber... Naja, mehr als 100 Euro investiere ich da nicht rein. Vom letzten Euro schon. Na, fühlt man sich erbärmlich, oder? Wenn man auf die Scheiß reingefallen ist, oder? Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Nochmal 3 Euro! Nochmal Basketball! 2 Euro! Nochmal für 1 Euro! Ha, ha, ha!